Hallo Leute, mal wieder eine Info von mir, die Klausurenzeit hat angefangen, deswegen kommt im Moment ein bisschen weniger, den ganzen Juni lang, irgendwie in jeder Juni-Woche mindestens eine Arbeit, richtig scheiße, deswegen kommt wieder weniger, im Moment, ich habe noch ein paar Portal-Folgen parat, also Portal habe ich schon durch jetzt, aber naja, noch nicht alles hochgeladen und so, des Weiteren den Koop kann ich auch noch hochladen und irgendwie noch ein, zwei Folgen versus the Dixas, die habe ich immer noch nicht hochgeladen, äh, naja, also, ähm, erstens dazu, es kommt weniger und ich nehme nicht so viel auf, aber ich habe ja noch ordentlich was auf Vorrat, so, ähm, des Weiteren, äh, habe ich ja gesagt, ich werde den Famous 2 machen, ähm, werde ich vielleicht auch, aber erst später, weil, ähm, ich weiß nicht, ob ich euch die Qualität, äh, antun kann, weil, weiß nicht, ich habe keine Rückmeldung bekommen auf die, ähm, auf den, 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 den Mortal Kombat Teil, den ich hochgeladen habe, das war nämlich von einem, mit dem Grabber von einem Kumpel aufgenommen, ähm, eine TV-Karte kommt für mich im Moment gar nicht in Frage, sagen wir, denn es ist ein Hobby und, äh, natürlich kann man für ein Hobby investieren, aber für eine gute Grafikkarte an 200 Euro und so, äh, bin ich momentan nicht gewählt auszugeben, und, der Grabber, also, das einzige, was für mich, äh, in Frage kommen würde, wäre ein Grabber, äh, der Grabber von meinem Kumpel, den fand ich auch gar nicht mehr so schlecht, also, die Qualität, die ist eigentlich akzeptabel, meiner Meinung nach, äh, kann man ja immer noch auf HD rennen, sieht es immer noch ein bisschen, ein Stückchen besser aus, aber, naja, äh, und des Weiteren, ähm, ist es nämlich so, dass, äh, das Fenster, was man von dem Spiel sieht, ist derartig winzig, dass mir dann nämlich auch der Spaß vergeht und eigentlich ein Hobby sollte Spaß machen und wenn ich bei der Aufnahme so ein kleines Mini-Fenster habe, äh, wo ich dann noch nicht mal cool drauf erkennen würde, äh, geschweige denn irgendwelche Untertitel oder irgendwie was oder keine Ahnung, ähm, ich würde dann wahrscheinlich noch nicht mal den, den Zielkreis sehen, äh, dann macht das Ganze auch keinen Spaß und keinen Sinn, weil ich dann die ganze Zeit nur failen würde, ähm, also das Programm dafür, das ist echt schlimm bei, bei der Aufnahme, äh, vielleicht habt ihr eher eine Alternative mit einem, äh, ja, ein anderer Grabber oder Grabber-Programm, wo man dann vielleicht ein bisschen was größeres sieht, weil, ich werde das jetzt einfach mal einblenden, irgendwie im Hintergrund, dass man das sieht, wie groß das Fenster ungefähr wäre, äh, dann müsst ihr mal Vollbild machen, dann seht ihr, wie klein das ist, also es ist echt Hammer, dass man da überhaupt, dass ich das noch aufnehmen konnte mit meinem Kumpel, also das tue ich mir echt nicht an und in Famous ist ja, also in Famous 1 war schon relativ lang mit Nebenmissionen und so und das werde ich ja bei Infamous 2 dann auch machen, also das LP kommt vielleicht gar nicht oder später, also ich werde es auf jeden Fall, ähm, wird es auf keinen Fall blind, ich werde es selber erst durchspielen, bis ich dann irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe oder so, ja, denn wenn ich das habe, dann werde ich es spielen, das ist, kommt gar nicht anders in Frage, wenn ich es habe, dann, äh, warte ich nicht erst eine Woche damit, bis ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden habe aufzunehmen oder so, äh, Entschuldigung an der Stelle halt, dass es dann nicht plant wird oder so oder dass es erst viel später kommt, aber Metro haben wir ja auch noch, ne, Metro wird dann auch bald gemacht, wenn die Arbeiten alle durch sind und so, ähm, dann gibt es auch wieder ordentlich was. Des Weiteren ist mein Internet auch irgendwie, äh, im Moment am Abspacken, also echt der Portal-Part, den ich hochladen wollte, hu, das ging gar nicht, das ging ganz und gar nicht, hat Stunden gedauert und nach Stunden dauert es immer noch ein paar Stunden, also Internet ist auch scheiße langsam, also, nochmal zusammengefasst, äh, im Moment wenig Videos, äh, ich werde im Moment wenig aufnehmen, Infamous kommt spät bis gar nicht, ähm, ja, das war eigentlich so der grobe Überblick, ne, äh, und sagt mal, ob die Quali von dem Mortal Kombat Video, äh, in Ordnung ist, wenn ja, dann werde ich mich nach einem anderen Grabber-Programm umsuchen und dann werde ich mir den Grabber von meinem Kumpel holen oder vielleicht kann ich mich nach einem Verstumpf ausländern oder so, ja, okay, das war's dann allgemein und, äh, ja, man sieht sich dann beim LPen, äh, im nächsten LP und so, bla, ähm, auf Wiedersehen, Tschüss. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.